Die Anschuldigungen sind nicht ohne. Die Tierrechtsorganisation PETA wirft dem Fischereiverein ASV Stephans Posching vor, im Mai ein Wettfischen veranstaltet und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Laut § 17 des Tierschutzgesetzes ist das Töten eines Wirbeltierers nur dann straffrei, wenn ein vernünftiger Grund dafür vorliegt. Ein vernünftiger Grund für das Töten eines Wirbeltierers ist laut Gesetz der Verzehr. Bei der Veranstaltung des ASV Stephans Posching ging es darum, den schwersten Fisch zu fangen. Es war also eine Wettangelveranstaltung und somit rückt der vernünftige Grund in den Hintergrund. Und daher haben wir bei der Staatsanwaltschaft Deckendorf Anzeige gegen alle Teilnehmer erstattet. Die Veranstaltung findet jährlich statt. Dass damit womöglich gegen das Tierschutzgesetz verstoßen werden könnte, daran hat bisher noch keiner gedacht. In den Augen der Vereinsvorstände grenzt sich ihr Gemeinschaftsfischen klar von einem Wettfischen ab. Wir haben noch nie Schwierigkeiten gehabt. Wir haben das seit Jahrzehnten, wird das so, handgehabt, also im Fischereiverein. Und wir haben da noch nie Schwierigkeiten gehabt. Es ist immer ein vereinsinternes Hegefischen, sprich Königsfischen oder Anfischen oder auch Abfischen dann später im Herbst. Also wir haben da noch nie Schwierigkeiten gehabt. Es sind immer Vereinsmitglieder, die mitfischen. Und es ist kein Wettfischen. Und es gibt auch kein Preisgeld, nicht in dem Sinn, wie sie das uns vorwerfen. Das hat es noch nie in den Fischereivereinen Stephans Posching gegeben. Entwarnung gibt Jörg Kuhn vom Fischereiverband Niederbayern. Er denkt nicht, dass der ASV Stephans Posching mit Konsequenzen rechnen muss. Gemeinschaftsfischen in der Abgrenzung zu Wettfischveranstaltungen sind ganz klar im Fischereigesetz für Bayern und der Ausführungsverordnung geregelt. Und da steht eben ganz dezidiert drin, dass solche Gemeinschaftsfischen, die keinen Wettbewerbscharakter haben, ohne anschließende Wertung durchgeführt werden. Und das ganz entscheidende Kriterium, dass der Fisch einer sinnvollen Verwertung, nämlich dem anschließenden Verzehr, zugeführt werden, nicht als Wettkampf dargestellt werden können. Und der Fischereiverein, der ist natürlich jetzt persönlich davon betroffen von so einer Anzeige. Die wird auch natürlich durch die Staatsanwaltschaft weiter verfolgt. Aber wir geben da dem Verein Rückendeckung. Wenn er sich an diese Vorgaben, die eben dieses Fischereigesetz formuliert, auch hält, kann eben so gesehen nichts passieren. Trotzdem geht die Anzeige Elisabeth Schuber sehr nahe. Die Fischerei liegt ihr nämlich im Blut. Ich bin seit meiner Kindheit schon am Wasser. Also mein Vater war Fischer und auch mein Ehemann. Mein Sohn ist Fischer, meine Tochter. Also wir sind eine richtige Fischerfamilie. Ob es sich bei der Veranstaltung des Vereins tatsächlich nur um ein Gemeinschaftsfischen oder um einen strafbaren Wettbewerb handelt, das muss nun die Staatsanwaltschaft Deggendorf prüfen. Derzeit liegen den Beamten aber noch keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.